Hallo ihr Lieben, ihr kennt das von mir schon, wenn es ein kurzes, knackiges Update gibt, dann öfters mal mit dem Handy von mir nur gesprochen, ohne Intro oder sonstiges. Ich werde das Ganze auch zusätzlich noch auf Instagram stellen, für alle, die mich auf den Podcastportalen verfolgen. Ja, heute gibt es ein erfreuliches Update in einem der Fälle, die ich euch mal vorgestellt habe. Diesen Fall habe ich euch im Januar 2024 vorgestellt. Es ging um den ungeklärten Mord am Obdachlosen oder Wohnungslosen Dirk Schleicher. Er war damals 54 Jahre alt und ja, hatte sozusagen eine Parkbank zur Wohnung für sich gemacht im Stadtwald von Hannover in der Eilenriede. Dort war er auch sehr bekannt, er soll immer freundlich gewesen sein, aber sehr zurückhaltend und war aber trotzdem bei vielen Menschen bekannt. Und diese Tat im Sommer 2021 in Hannover, die hat wirklich, ja, die Stadt aufgewühlt. Die waren alle wirklich fassungslos, dass man jemanden, der sowieso schon, ja, zu den Ärmsten gehört, sage ich mal, dann noch grausam ermordet hat. Und da wurde auch intensiv ermittelt. Der Fall wurde auch 2022 bei Aktenzeichen XY vorgestellt, aber es tat sich nichts in dem Fall. Und bei Dirk war es auch so, dass er nachts öfters mal geschrien hat. Ich glaube, er hatte auch Schizophrenie oder so ähnlich in die Richtung eine psychische Erkrankung, soweit ich mich noch erinnern kann. Und damals habe ich gedacht, hat sich bestimmt irgendein Anwohner gestört gefühlt oder vielleicht auch Jugendliche haben ihn gequält, weil leider wäre er nicht der Erste, den Jugendliche anzünden oder jagen oder wie auch immer. Da gibt es zahlreiche Geschichten. Aber diesmal war es wohl ein bisschen anders, weil es hat sich letzte Woche Donnerstag auf der Bielefelder Polizeiwache jemand gestellt. Und zwar ein 52-jähriger Mann, also nur zwei Jahre jünger, damals natürlich noch ein bisschen jünger wie Dirk, also noch vier, fünf, sechs Jahre ungefähr gerechnet jünger wie Dirk, als Dirk ermordet worden ist. Aber ja, es hat sich da jetzt ein Tatverdächtiger gestellt. Es gibt es also doch noch, dass man zur Polizeiwache geht und sich stellt. Das gibt es in letzter Zeit, glaube ich, sehr, sehr wenig. Also man hört es zumindest wenig. Meistens ist es dann eher durch DNA-Spuren, dass dann jemand gefasst wird oder durch Mitwisser oder wie auch immer. Aber hier hat sich jemand dringend Tatverdächtiges aber in Bielefeld gestellt, nicht in Hannover. Also Bielefeld und Hannover, das ist schon eine Strecke über eine Stunde. Und ja, wie er jetzt mit diesem Mordfall Dirk S. in Verbindung steht, ist noch nicht geklärt. Das ist jetzt alles noch, ja, Sache der Polizei. Da wird weiterhin ermittelt. Da werden bestimmt auch noch Befragungen stattfinden jetzt in der nächsten Zeit. Also die Artikel, die ich hier gerade vor mir liegen habe, ja, die können noch keinen Aufschluss darüber geben. Was der Tatverdächtige jetzt gesagt hat, zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt. Und damals am Tatort konnte auch eine DNA-Spur gefunden werden. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass sich derjenige jetzt gestellt hat. Ja, aber eigentlich heißt es so, in den Berichten, ich kann es euch hier auch nochmal vorlesen, der 52-Jährige sei am Donnerstag in Bielefeld erschienen und habe plötzlich die Tat gestanden. Also es hat jetzt nicht die Polizei ihn irgendwie aus der Wohnung gezogen, weil es einen DNA-Treffer gab, sondern das ist anders abgelaufen. Und vermutlich ist er jetzt auch dringend tatverdächtig, weil man vielleicht auch die DNA-Spur jetzt abgeglichen hat. Ich weiß aber gar nicht, ob das so schnell geht. Aber wenn man sich jetzt stellt, nach über, ja, drei Jahren, sollte man eigentlich meinen, dass man da jetzt wohl auch den richtigen gefunden hat. Ja, und das ist jetzt wirklich mal ein erfreuliches Update nach einer ganz langen Zeit. Ich schulde euch sowieso noch einige Updates. Da wird es im Dezember nochmal eine Special-Folge zu einigen Fällen geben, die ich euch noch vorgestellt habe, wo ich noch ein Update schuldig bin. Aber das war jetzt mal nur eine kurze Meldung an euch, dass, ja, der Mordfall Dirk Schleicher wahrscheinlich jetzt vor der Aufklärung steht. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Das sollte es doch viel, viel häufiger geben, dass, ja, ein Tatverdächtiger oder ein Mörder, besser gesagt, zur Polizei geht und sich stellt. Und alles Weitere werden wir dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen hören oder auch beim Prozess. Aber das jetzt erstmal dazu gesagt und das kurze, knackige Update für euch. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, ja, auf Kommentare von euch und wir hören uns wieder. Bis ganz bald. Eure Lia. 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 Vielen Dank.